Guten Morgen! Wir haben jetzt Tag 2. Guten Morgen, jetzt ist es ein bisschen komischer geworden. Morgen! Wir werden Tag 2. Wie man sieht, bin ich schon fertig gemacht. Den Anblick, wie ich hier verpeilt durch die Wohnung gegangen bin, wollte ich euch ersparen. Heute steht an, dass wir wahrscheinlich zur Europa-Passage fahren und da ein bisschen shoppen gehen, weil heute die Geschäfte aufhaben. Die nächsten Tage werden sehr zu sein wegen Ostern. Deswegen wollten wir heute mal so ein bisschen shoppen machen. Vielleicht tue ich mir auch eine Mütze, weil es irgendwie schon ziemlich kalt ist und ich gestern schon gefroren habe. Und dann die nächsten Tage wahrscheinlich so ein bisschen Sightseeing machen, so ein paar Sachen angucken, die man auch machen kann, wenn alles zu hat. Deswegen ist für heute jetzt erstmal der Plan, so ein bisschen shoppen gehen. Das geht! Bis zum nächsten Tage! heut- AFIT- Untertitelung des ZDF, 2020